Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Baphomets Fluch, der Directors Cut. Wir haben es gerade noch so aus dem Hotel Ubu heraus geschafft, ohne dass uns die beiden Gangster Flap und Guido Arme und Beine gebrochen haben. Im Hotel haben wir Khan getroffen und haben ihm eine mittelalterliche Handschrift der Tempelritter abgeluchst. Die hat er anscheinend von Plantar gestohlen. Warum der sie hatte und was Khan damit will, das wissen wir noch nicht. Aber Nico hat uns den Tipp gegeben, dass hier im Museum von Kroon Lobineau studiert und der weiß wohl mehr über die Tempelritter. Und darf ich hier draußen nicht mehr machen können? Ja, gehen wir direkt rein. Wow, wunderschön, oder? Und so detailreich und was hier so alles rumsteht. Das hier ist ein Sarkophag, der stammt wohl oder übel aus Ägypten. Hier ein Totempfahl der indigenen Völker von Nordamerika. Das hier sieht irgendwie aus, als könnte es von den Kelten stammen oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier einiges. Allerdings sehe ich auf den ersten Blick keinen Lobineau. Hier ist aber ein Wachmann und dreht seine Runden. Vielleicht weiß der ja mehr. Verzeihung. Oui, Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh nein. Wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Der Hilfshausmeister trägt aber die Uniform eines Wachmanns. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie Ihre Autos zu parken? Und bitten mich Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Warum immer George so frech zu ihm ist, naja gut, okay, wir können ihm noch eine Frage über die Tempelritter stellen und ihn natürlich ja so ein paar Gegenstände auswerten lassen. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Gut, das hat jetzt nichts gebracht. Aber vielleicht hat er ja Khan gesehen. Denn Khan hat ja immerhin die Mitschrift von Plantar gestohlen und muss ja irgendein Interesse daran haben. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Sollte ich ihn kennen? Vermutlich nicht. Hm. Und Grüber-Elektronik? Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Auch Fehlanzeige. Und das Streichholzpapierchen? Haben Sie jemals vom Club Allermut gehört? Oh nein. In solche Etablissements gehe ich nicht. Klingt fast so, als würde er dahinter ein Bordell vermuten. Hm. Gut, ich glaube, die rote Nase und das feuchte Taschentuch schenken wir uns. Hulli-Werkzeug, naja, dann hält er mich vielleicht für einen Einbrecher. Aber hey, vielleicht will er mir ja die Hand schütteln. Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. Ach, verdammt. Gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gut, aber das schlaue Auge hat es ja schon erkannt. Hier steht ein Dreibein, wie es auch auf der Schrift vermerkt ist. In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung West-Irland. Man hat es in Loch Marren gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Genau, wir könnten ja sonst noch die anderen Besucher hier stören. Aber schon ein Zufall, dass wir gleich an der ersten Adresse ein Dreibein finden, das dem in der Schrift ganz ähnlich ist und zumindest auch ein paar hundert Jahre alt zu sein scheint. Verzeihung. Oui, Monsieur. Gut, wir können den Wachmann jetzt zum Dreibein ausfragen. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. John Dee. Was ist so aufregend an John Dees Dreibein? Dee war der berühmteste Kontortionist des 16. Jahrhunderts. Der Houdini seiner Zeit. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontortionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen. Kein Dreibein. Egal, was immer er war. Auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Was für Experimente hat dieser John Dee mit seinem Dreibein gemacht? Och, das Übliche. Haben Sie in der Schule denn keine Chemie gehabt? Schon, aber wir haben Taumatologie übersprungen. Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte? Aus der Vitrine herausnehmen? Ah, no. Dieses Dreibein wird von einem raffinierten Überwachungssystem gesichert. Wie raffiniert? Eine ohrenbetäubend laute Klingel. Okay, das ist ja wirklich Hightech. Wie wird die Alarmglocke ausgelöst? Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert für ihre Alarmanlage doch etwas gewagt ist. Sie hat bisher noch nie versagt. Die Raffinesse liegt in ihrer Einfachheit. Och, der arme Wachmann. George macht ihm ganz schön Feuer. Aber gut, viel mehr. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hm. Okay. Wir könnten uns jetzt hier noch mehr anschauen. Ich schau mal, was noch so geht. Also zumindest der Totempfahl ginge noch. Der Totempfahl sieht im Museum hier absolut fehl am Platz aus. Ist doch alles ein bisschen bunt gemischt hier. Ein alter ägyptischer Sarkophag, auf dessen Deckel ein wunderschön gemaltes Bild des Besitzers prangt. Mhm. So, genau. Hieran können wir drehen. Das brauchen wir aber erst später. Dann würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit. Lubino ist ja sowieso nicht hier. Und gehen zurück zu Nico. So, Nico in der Rügerie. Aber vorher gehen wir nochmal zum Café zurück. Okay. Gut. Hier hat sich nix getan. Dann gehen wir jetzt in die Rügerie. Wieder in Nicos Apartment. Hallo. Ich war im Museum von Kroon. Hast du mit Lubino gesprochen? Nein, er war nicht da. Hast du noch etwas über die Morde herausgefunden? Nun, vielleicht ist das nicht wichtig, aber beide Opfer haben dieses Jahr Paris besucht. Wann? In der zweiten Juliwoche. Sie waren beide zur selben Zeit hier. Haben sie sich getroffen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Hm. Das ist wirklich kein Zufall. Ich habe das Dreibein gefunden. Wo? Im Museum. Es gehörte dem Templar. Es wurde in Irland ausgegraben, in Lochmarn. Ich habe von Lochmarn gehört. Ich habe einen Artikel über das Schloss gelesen. Sie selbst. Ein populäres Klatschmagazin. Liest du so einen Schund? Nein. Ich schreibe dafür. Professor Nigel Peekwinn gräbt das mittelalterliche Schloss in Lochmarn aus. Das ist merkwürdig. Was? Er trat von seinem Lehrstuhl in Durham zurück, um sich ganz der Ausgrabung zu widmen. Nicht nur das, er sagte die Dreharbeiten für den vierten Teil seiner populären Fernsehserie ab. Die Ausgrabungsstätte in Lochmarn muss für ihn unheimlich wichtig sein. Er ist ein Professor für Geschichte. Die sind alle durchgedreht. Trotzdem. Ich möchte mit diesem Professor Peekwinn reden. Was hältst du von einem Ausflug nach Irland? Könnte mir gefallen. Hä? Aber ich kann nicht. Ich möchte den Fall Bilotta weiterverfolgen. Wenn du wirklich glaubst, der Edelstein von Peekwinn sei wichtig, warum fährst du da nicht nach Lochmarn? Alleine? Ich weiß nicht. Wo genau liegt Irland? Genau. Wo genau liegt Irland? Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. So. Das Dreibein. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Hm. Na gut. Da ist dazwischen... Hm. Ich komme gerade nicht mehr zurück. Schau mal. Eine Frau sieht in den... Aber das... Ein Ritter mit einer... Auf der Schriftrolle des... Durch meine Lehre... Okay, gut. Äh... Ich muss gehen. Okay. Ich sehe dich später. Dann... Nächster Stopp. Irland. Zack. Auf zum Airport. Und dann geht es nach Lochmarn. Ja. Da wird der Urlaub für George plötzlich doch ein bisschen teurer. Einige Stunden später. Auf dem Weg nach Lochmarn komme ich an dem Schloss vorbei. Das Schloss, in dem Pegrams Ausgrabung stattfand. So, jetzt kommen wir zum absoluten Highlight des ganzen Spiels. Mein persönlicher Favorit. Die Szene in Irland. In... Ja. Und um McDevitts Pub. Ach, wunderbar, Leute. So. Die Menükarte können wir immer noch nicht lesen. Aber wir können hier mit einem Jungen sprechen. Hallo da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Rosso steht in diesem Pass. Mörder werden Leichen blass. Sind Sie ein Polizist? Sagen wir einfach, ich suche hier nach der Wahrheit. Cool. Genau wie in der Glotze. Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam McGuire. Und warum hängst du hier in der Bar um, McGuire? Ich bin auf der Flucht. Vor meinen Alten. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist das dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett. Todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich hab die Pennies, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, hab ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und dann plötzlich taucht mein Alter auf und krabst sich die Kohle. Ich geh nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. So, yes. Äh, der Clown, P. Graham oder das Schloss? Was kannst du mir über das Schloss erzählen, McQuire? Was wollen sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Ach, nix. Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich hab ja überhaupt nix Angst. Ich geb dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen. Ach ja? Und wenn ich nix sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh, da gibt's ein Gespenst. Wir nennen es das Phantom von Loch Mahn. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, hä? Mister, das hab ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen. Wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren, gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallohans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in dem sich alles Mögliche verstecken konnte. Ich wär ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig. Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlummt und verkrüppelt wie in einer alten Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich hab mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Ich bin sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für das gibt, was du gesehen hast. Natürlich gibt's sie. In dem verdammten Ding spukt's. Natürlich, da sind wir gerade in Irland angekommen und natürlich spukt es hier, was auch sonst. Ist dir ein Typ aufgefallen, der wie ein Clown ausgesehen hat? Hier in Loch Marn? Hier sehen doch alle wie Clowns aus. Der Mann, den ich suche, ist ein gefährlicher Psychopath. Kerl! Genau wie in dem Film, den ich gesehen hab. Da ist dieser Clown, wissen Sie? Also der ist hinter einem Kitter, das da gesehen hat, wie er einen Typen umgelegt hat. Er versucht, den Sheriff zu warnen. Aber keiner glaubt ihm. Und dann, wo er in der Badewanne liegt, kommt der Clown und zerlegt ihn mit einer Kettensäge. Mein Gott, hört sich nicht so an, als ob das schon das Richtige für dich wäre. Was bilden Sie sich eigentlich eine? Ich bin 25. Plötzlich, du bist nicht älter als 14. Oh nein, 25 bin ich, jawohl. Verheiratet, hab ein Auto und drei Kinder. Zehn Kinder, wenn man lieber meiner Frau mit dazu zählt. Super glaubhaft, super glaubhaft, nachdem er uns gerade ja schon erzählt hat, wie sein Alter ihn abgezogen hat. Okay, aber gut, bleiben wir bei den Fakten. Den Clown hat er nicht gesehen, aber warum sollte jetzt auch Khan hier in einem Clownskostüm mitten durch die irische Provinz stiefeln? Ich meine, das ist doch auffällig wie ein bunter Hund, aber vielleicht hat er ja Khan gesehen. Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. Okay, Khan ist zumindest noch nicht hier. Aber, wo finden wir Pigram? Kennst du jemanden, der Pigram heißt? Können Sie ihn beschreiben? So wie die Bullen in den Fernsehserien? Der Mann ist ein englischer Archäologe. Na klar kenne ich den Mann, den Sie meinen. Kannst du mir sagen, wo ich Pigram finde? Nö, kann ich nicht, weil er jetzt nicht hier ist. Aber wenn ich ihn sehe, frag ich ihn. Weißt du, was Pigram im Schloss gemacht hat? Nach vergrabenen Schätzen gebuddelt. Edelsteine und Gold und Skelette. Genau wie im Film. Gut. Hm, ha! Gib mir deine Hand. Was ist denn jetzt los? Ach, hab dich doch nicht so. Ich will dir doch nur eine kleine Nummer zeigen. Kommt nicht in Frage. Ich schiebe keine Nummern. Pater Mahoney hat gesagt, dass ich sonst in der Hölle komme. Ich will dir doch nur die Hand schütteln. Das ist alles. Bin doch nicht blöd, ey. Verdammt. Ich glaube, man konnte ihn doch sogar in die Falle locken, oder? So war mir zumindest. Okay, gut. Der Rest interessiert mich alles nicht. Bis später dann. Okay, Mister. Ich würde sagen, es ist bestimmt schon Nachmittag. Und das heißt in Irland Zeit für ein Bier. Ach, wunderbar. Ich habe das Spiel zuletzt auf der Playstation gespielt. Und da haben sie doch tatsächlich den Fiddle-Spieler rausgenommen. Der kommt hier einfach nicht vor. Und dabei ist das meine Lieblingsszene hier im Pub. Stellt euch mal vor, was das für ein Gefühl war. Ihr freut euch, nach einigen Jahren endlich wieder eure Lieblingsszene zu spielen. Kommt rein und es fehlt die Musik. Das war richtig blöd. Okay, wir sind in McDevitt's Pub. Und haben hier schon einige Kappeiken rumsitzen. Ja, er sieht hier besonders fehl am Platz aus. Der Typ da hinten ist offensichtlich erkältet und niest in seinen Drink. Und hier ist, ja, der Inhaber. Und ich glaube, am besten fangen wir auch hier an. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ähm, ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Och ja, eine Übernachtungsmöglichkeit wäre doch nicht schlecht. Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. Na, das ist doch vielversprechend. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Kennen Sie einen Mann, der Pikrim heißt? Und ob. Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gita. Hat Pikrim hier gewohnt? Ja, hat er. Sechs Übernachtungen plus Frühstück. Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Ich, ähm, würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum und es haut einen um. Ja, der erste Schluck irisches Ale. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sollte ich? Was wollen Sie von ihm? Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Ich will keinen Ärger hier in der Bar, Mister. Wenn Sie sich mit jemandem prügeln möchten, gehen Sie zu Pater Mahoney. Ein Priester? Ein Mann des Wortes? Klar. Und er bringt den Jungs im Jugendclub bei, wie man boxt. Mahoney behauptet, dass Boxen den Charakter entwickelt. Stimmt das, Pat? Hat er dich nicht auch in der Prüldekunst unterrichtet? Doyle! Sorry, Michael, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt? Oh, vergiss es. Hm. Hm. Ich glaube, zu den anderen Sachen wird er mir nicht so viel sagen können. Also, ich muss jetzt los. Aber ich habe immerhin schon mal ein Zimmer und immerhin eine andere Person kennengelernt, nämlich Doyle. Hi. Ich heiße Stobbert. George Stobbert. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Kennen Sie Doktor Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Nee. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich, nee. So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich hab selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wär inkontinent. Sowas aber auch. Hab ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nix, Russ. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie in einer von den Geschichtstypen da? Genau. Professor Stobbert, Miskatonic University. Sie sind Archäologe und fragen uns wegen dem Schloss? Entschuldigung, Mr. O'Brien, der Gentleman hat mit mir geredet. Wieso sind Sie nicht mit den anderen weggegangen? Ich wusste gar nicht, dass Sie weggegangen sind. Aber klar doch, haben Schaufel und Spaten eingepackt und sind verschwunden. Ich hab anscheinend die ganze Action verpasst. Was für Action? Oh mein Gott, diesen Dialogstrang habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Und das nach all der Zeit. Das ist ja großartig, wenn George behauptet, er wäre von der Miskatonic University. Das ist ja die berühmte Universität aus Arkham aus den Erzählungen von HP Lovecraft rund um die Geschichten mit Cthulhu und dem kosmischen Horror. Ach, wunderbar. Was für eine starke Referenz. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Seht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? Nein, das ist ein Killer. Aber gut, mit Doyle haben wir dann alles. Aber Doyle hat uns ja Mr. O'Brien hier vorgestellt. Und der könnte vielleicht ein bisschen mehr wissen. Zumindest weiß man ja nie, was der so alles weiß. Hallo, Allemann. Ich heiße George Stobbert. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur gehört, gesehen. Und das kann ich Ihnen sagen. Es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Loch Marn. Oh nein. Ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. Haben Sie jemals von den Tempelrittern gehört? Aber natürlich. Eine wirklich bemerkenswerte Institution. Wussten Sie, dass Sie die Erfinder des Kreditwesens sind? Ihr Finanzimperium erstreckte sich vom Atlantik bis zum Kaspischen Meer. Weil Sie Stützpunkte in so vielen Ländern hatten, mussten Sie neue Methoden für Steuertransfers etablieren. Also waren die Tempelritter nur ein paar Banker. Hm, verstehe ich nicht. Wollen Sie damit sagen, dass diese Tempeljungs die Bankgebühren erfunden haben? Könnte man auf gewisse Weise wohl so ausdrücken. Das war eine echte Gemeinheit. Warum hat sie keiner aufgehalten? Oh ja, sie wurden verhaftet und eine Menge von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sehr gut. Haben Sie auch verdient, wenn Sie genauso sind wie mein Bankmensch. Ich glaube, O'Brien ist dieser ganz typische Bar- oder Pub-Charakter, der einfach über eine Menge Random-Wissen, so unnützes Wissen verfügt und deswegen so in der Gruppe als intelligent gilt. Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazu gebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Okay. Intelligent. Ich meine natürlich gebildet. Gut. Aber immerhin, O'Brien scheint wirklich ein bisschen mehr zu wissen. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, in das Schloss zu gelangen, Mr. Stobbert. Aber ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebundet. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Oh, jetzt wird's interessant. Ein Edelstein? Ich meine, auf der Mitschrift der Templer war ja auch ein Edelstein auf dem Dreibein abgebildet. Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber möchte ich noch hinzufügen. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß? Ein schlechtes Gewissen? Ein geheimer Auftrag? Egal warum. Hier in Loch Maren wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McGleary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drinnen, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befüllt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Hm, okay. Den Witz habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ist aber auch egal. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Okay, Pegram scheint hier also... Also dann bis später. ...ziemlich hastig aufgebrochen zu sein. Er hat nicht mal seine Rechnung bezahlt. Ich meine, für einen gestandenen englischen Archäologen sollte das doch wohl kein Hindernis sein. Er hat immerhin das beste Zimmer im ganzen Haus gehabt. Und Frühstück. Und das Frühstück war hier bestimmt ganz, ganz lecker. Ähm, ja, mit dem Fiddler können wir auch nochmal sprechen. Er hört nicht so. Tja, oder auch nicht. Oder wir sprechen noch... Wir sprechen nochmal mit Mick Leary. Entschuldigung. Ja, Sir? Kann ich bitte noch ein Bier haben? Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hand. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Mana vom Himmel. Die Originalschwerkraft, Leute, ne? So, aber so richtig weiter komme ich jetzt hier auch nicht. Aber hier liegt noch eine Art Handtuch. Das stecke ich jetzt einfach mal ein. Möchte man immer dabei haben. So, jetzt hätten wir hier noch den Kerl, der ziemlich nervös rumsitzt und den Erkälteten. Und da ich mir keine Erkältung zuziehen will, quatschen wir erstmal mit dir. Ich heiße George. Nett, Sie kennenzulernen, Mister. Ich heiße Fitzgerald. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen. Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen? Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Tod. Wir sind da nicht mehr hingegangen. Sind Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Kennen Sie Dr. Pegram? Das ist dieser Archäologe, oder? Richtig. Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. Hm. Verführerisch. Ihm ein Bier zu geben. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Hm. Okay. Bis später. Gut. Dann ist der weiter nervös und schielt auf seine Uhr. Ach komm, gehen wir doch mal zu dem Erkälteten. Hallo, guter Mann. Was? Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun Sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahony gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotzlaßen zu leiten? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler. Egal. Das hier ist keine gewöhnliche Erkältung. Das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie sind nicht zufälligerweise von der Polizei, hä? Entschuldigung. Polizei? Nein, das wüsste ich. Warum hat hier eigentlich jeder zweite Angst davor, dass ich wahlweise von der Polizei oder von der Presse bin? Was haben die zu verheimlichen? Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen. Aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungschen. Lochmann Castle ist verflucht. Das hat mir auch der Junge da draußen gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Dann sind Sie ein Dummkopf. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich? Aber es gibt hier niemand, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Haben Sie den Geist mal gesehen? Ja doch. Mit meinen eigenen Augen. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagene Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? Die Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Ich glaube, ich weiß, was Sie auf der Burgmauer gesehen haben. Ich weiß, was Sie gesehen haben. Das glaube ich nicht. Es war der kleine McGuire. Was? Er saß am letzten Dienstag nachts auf der Mauer. Er dachte, Sie wären das Phantom von Lochmann. Oh mein Gott. Die beiden haben sich einfach gegenseitig gesehen, sich gegenseitig erschreckt und sich dann gegenseitig für das Phantom von Lochmann gehalten. Kennen Sie Pekrim, den Archäologen? Das ist der mickrige Tipp, der am Schloss rumschnüffelt, ja? Nein, den kenne ich nicht. Was machen Sie denn da? Das ist eine Halskette, Junge. Oh, klar. Aus Stahldraht. Richtig. Eine Halskette für meine Süße. Wenn mein kleiner Liebling fühlt, wie sich die Kette um den schlanken Hals legt, gehört sie mir. Mir ganz allein. Okay, ich habe das Gefühl, wir sollten das verhindern. Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Ohne meine Brille kann ich eh nichts erkennen. Hm. Gut, das heißt... Er sieht schlecht. Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. So, diese Kette wird er niemanden um den Hals legen. So, ja, jetzt haben wir uns einmal ein bisschen umgeguckt, wobei wir können ja noch ein paar Blicke hinter. Nee, können wir auch nicht. Die weißen Barthaare sehen im roten Gesicht des Barkeepers wie Girlanden an einem Weihnachtsbaum aus. Die Ähnlichkeit geht sogar noch weiter. Sein Kopf ist so rund und glatt, dass man ihn echt für eine Christbaumkugel halten könnte. Oh mein Gott. Sein Kuhgesicht zeigt den leeren Ausdruck, der deutlich besagt, keiner zu Hause. Oh. Armerpad. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Okay, das sagt er zu O'Brien. Was sagt er zum Fiddler? Nix. Und zu Fitzgerald? Den jungen Rotschopf macht irgendetwas offensichtlich ganz schön nervös. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Man hat mir beigebracht, dass man Leute nicht nach dem Aussehen oder nach ihren Kleidern oder der Länge ihrer Haare beurteilen darf. Aber keiner hat was von Triefnaßen gesagt. Hm. Na gut. So. Maguire, weißt du irgendwas Neues? Hey, Maguire. Was? Weißt du etwas über Peacrims Ausgrabung? Der wollte mich doch nicht mal in die Nähe lassen. Hab ihm angeboten zu helfen. Aber er hat mich weggescholst. Was soll's? Und ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Arbeitet jemand aus dem Dorf an der Ausgrabung? Pigram hat ein paar Studenten und Penner mitgebracht. Dachte, es weiß keiner in Loch Marn, wonach er suchen sollte. Der einzige Typ von hier, der für ihn malocht hat, ist Sean Fitzgerald. Fitzgerald sagt, er sei nie auch nur in die Nähe der Ausgrabung gekommen. Der nimmt sie schwer auf den Arm, Mister. Okay. Bis später dann. Okay, Mister. Fitzgerald war also bei der Ausgrabung dabei. Aber er hat zu uns ja gesagt, nein, wie kommen sie denn auf die Idee? Und das klingt doch schon ein wenig unehrlich. Mister Fitzgerald? Was hast du zu verbergen? McGuire sagt, er hat sie an der Ausgrabung gesehen. Und noch mehr. Er hat gesehen, wie sie mit Pigram geredet haben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pigram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah. Und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein, wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pigram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pigram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Das liegt ja auch ganz offen auf dem Tisch herum. Also wo ist Pigram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte er, würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pigrams Paket zu werfen. Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris. Jacques Marquet. Pigram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marne Edelstein gehört. Hey, ich habe gerade einen großen, roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer, roter Sportwagen. Jean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Wann macht die kleine Ratte einen Krach? Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Okay, kein Interesse hier. Da draußen ist anscheinend jemand überfahren worden und es war ausgerechnet Fitzgerald und ja, er hat, dachte ich, etwas auf dem Tisch liegen lassen, aber nein, das ist nur eine Art Verfärbung. Aber okay, jetzt raus. Ich hab die Wahrheit über Fitzgerald erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen, roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boah, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und seh ein bisschen mehr kurz. In dem Moment kommt Fitzgerald aus dem Pappen geschlossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war so schnell für den armen alten Fitzgerald. Es sind tierisch reingedonnert. Er liegt durch die Luft und es käme außerhalb. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto. Und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Hm. Okay. Ja, ein Kobold hat Fitzgerald überfahren, ihn da mitgenommen und ist dann abgedampft. Fitzgerald ist weg. Irgendwas ist hier in den Keller heruntergefallen. Hier diese Anlage ist auch abgetrennt worden. Und Fitzgerald ist verschwunden. Oh Mann. Ihr lieben Leute, das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Cliffhanger, denn weiter geht's erst in der nächsten Folge. Zwei kleine Anmerkungen. Es gab hier eine Änderung zum Original und zwar ist im Original noch zu sehen, wie das Gesicht von Fitzgerald blutüberströmt ist. Jetzt nicht schlimm, aber ihm läuft Blut über das Gesicht. Das haben sie herausgeschnitten. Bisschen blöd fand ich, dass sie bei der Vertonung das mit dem Mastering irgendwie nicht so richtig hinbekommen haben. So einige Stellen waren in dieser Zwischensequenz nicht richtig zu verstehen. Und dann haben sie auch das Rätsel ein bisschen erleichtert, denn eigentlich bleibt Fitzgerald eine Weile lang ziemlich hartnäckig, bevor er zugibt, für P. Graham gearbeitet zu haben und ich muss nochmal mit Doyle sprechen, Doyle ein Bier ausgeben, damit Doyle sich dann dazu breitschlagen lässt, mir zu erzählen, dass er Fitzgerald an der Ausgrabungsstätte gesehen hat. Warum sie das eingekürzt haben, weiß ich nicht, weil das ist eine kleine, witzige Sequenz, die man mit Doyle nochmal hat, gibt es dem Charakter nicht wirklich mehr Tiefe, aber sie ist ganz lustig und ich fand sie eigentlich nie störend. Deswegen, man hat es jetzt ein bisschen rausgenommen, also Fitzgerald ist ja ziemlich schnell sehr gesprächsbereit, obwohl er im Original noch sehr lange rumdruckst und ja, jetzt ist er weg, vielleicht schon gar nicht mehr am Leben und wie es weitergeht, ihr lieben Freunde meines Kanals, das erfahren wir in der nächsten Runde, Barfomads Fluch, der Directors Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich freue mich natürlich wie immer auf eure Kommentare und euer Feedback, dann sehen wir uns wieder, haut rein, gehabt euch wohl, Bebe, euer Hiyuga. Bis zum nächsten Mal.